Was ist das Inhaltliche, aber auch das Menschliche? Also von den Leuten, die man kennenlernt, mit denen man zusammenarbeitet, kann ich nur sagen, bin ich sehr froh, dass ich seit, ich glaube, neuneinhalb der zehn Jahre dabei bin. Das Inhaltliche natürlich, also was am Anfang als System entwickelt worden ist, inzwischen Referenzsystem, das ist der Aspekt Zertifikat für mehr Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt, aber auch, dass wir insgesamt ganz breit aufgestellt sind, immer wieder in gesellschaftliche Debatten eingreifen. Und das Rüstzeug eigentlich nehme ich dann mit aus den Diskussionen und Gesprächen in der DGNB. Das ist für mich so zehn Jahre DGNB ganz schnell eingedampft. Viele spannende Themen, spannende Gespräche, aber auch mit dem Output. Wir haben, glaube ich, das Referenzsystem nachhaltiges Bauen weltweit, an dem sich viele orientieren. Und das mit tollen Menschen. Am Anfang waren starke Vorbehalte in der Immobilienwirtschaft. Was kommt da? Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre waren davon geprägt. Das ist ja nur ein Hype. Das ist eine neue, was ja in jeder Branche so ist, egal wo wir sind, Automobil, Bauen, Immobilien, wo auch immer, gibt es immer so Modethemen, die für ein, zwei, drei, vier Jahre aufkommen, wieder verschwinden. Und ich würde sagen, mehrheitlich war am Anfang die Haltung, na, das ist das neue Modethema. Und es verschwindet auch wieder. Und es ist inzwischen völlig langweilig normal. Und jeder hat relativ schnell gemerkt, das ist kein Modethema. Das ist inzwischen einfach eine Selbstverständlichkeit. Das wird gemacht, das wird mit beachtet. Das ist einfach eine Anforderung. Ich baue nach einem B-Plan. Und wenn ich in bestimmten Lagen oder Situationen oder bestimmte Bauwerke errichte, dann sind die auch nachhaltig. Im Moment, glaube ich, gibt es zwei wesentliche Themen. Da sind wir extrem gut für gerüstet. Das eine Thema ist Ökobilanz, was auch die EU mehr übernimmt, was auch andere internationale, andere Labels, die mit uns konkurrieren, wir sind inzwischen auch super gut international aufgestellt, ein bisschen ein Stück weit für sich entdeckt haben. Da sind wir richtig gut dabei. Das zweite Thema, Well, Wellbeing, wie leben, arbeiten die Menschen in Gebäuden, welche Qualität hat das? Da sind wir auch super gut aufgestellt. Das haben wir auch schon sehr lange. Was ich spannend finde, das hat aber auch was mit genau diesem Bereich Immobilienwirtschaft zu tun. Gebäudeeigentümer, Gebäudeentwickler, Assetmanager, Investoren, Bauherren, also die Eigentümer. Wie gehen sie mit dem Bestand um? Und der größte Teil des Bestandes in Deutschland ist halt noch nicht so energieeffizient, so nachhaltig vielleicht, wie wir uns das wünschen würden. Die Bundesregierung stellt jetzt neue Anforderungen. Und wäre klasse, wenn wir als DGNB das schaffen, da den Eigentümern und Bauherren zu helfen.